Leute, wenn man das Datum ändert, bekommt man alle Belohnungen direkt. Wenn man also in unserem Spiel die Zeit vorstellt, kann man die 24 Stunden Wartedauer einfach umgehen. Falsch gedacht! In den meisten Spielen funktioniert das Ganze, weil sie einfach die Systemzeit von eurem Handy benutzen. Da wir allerdings Füchse und keine Goofies sind, beziehen wir unsere Zeit von irgendeinem random Google-Server. Deshalb das Ganze auch nur mit einer Internetverbindung funktioniert.